Mino Radians gönnen. Leicht gemacht. Sind sie auch Gegner? Oh ja. Richtig? Richtig. Warte mal. Stopp. Am Berg vorbei. Okay. Gehen wir hin. Die Temperatur steigt. Ja. Das ist mir vollkommen bewusst. Ist das noch die richtige? Oh ja, wir sind fast da. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Ja. Ob es hier wohl was zu finden gibt? Gebeserhaltung ist stabil. Oh, wo sind die Müschliecher denn? Ja, aber sowas von. Danke. Oh, hier muss doch bestimmt was sein. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Ja. Oh, das war nicht so gut, was ich da gemacht habe. Munition wäre nicht verkehrt. Irgendwie fehlt uns Munition. Check, ich hoffe, danke. Okay, das Erz haben wir. Jetzt fangen wir da unten hin. Medizinische Vorräte, was ist das andere? Zum Außenposten mitgeben. Okay. Ja, toll. Jetzt muss ich erst wieder gucken. In die Richtung ist es nicht. Müsste eigentlich der sein, oder? Na, der ist das. Okay. Plünderer haben in den Dünen ein Lager aufgeschlagen. Bleiben Sie wachsam. Ja, ja, ja. Paradies Strand. Na. Wenn man das hier Paradies Strand nennen kann, weiß ich ja nicht so genau. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Die Gesetzlosen haben da drüben Tech aufgestellt. Freunde! Scheiße. Nice. Was? Ein Schuss noch. Okay. Da ist irgendwo einer. Da hinten ganz. Komm, zeig dich hier. Okay. Boah. Wie schlecht geschossen gerade. Seht mal gesinnslos aus. Wo? Ist hier irgendwo Munition? Hallo? Munition? Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Munition. Hallo. Das sind Schilde. Ich brauche Munition. Was ist denn hier keine Munition? Verdammte Scheiße. Temperaturen steigen an. Da liegt doch immer irgendwo Munition rum. Das ist schon eine Sauerei. So, hier ist ein Lager. Vielleicht haben wir Glück, dass da ein bisschen Munition ist. Oh, das ist natürlich ein gegnerisches Lager. Das ist die Basis, die Barrett übernehmen will. Oh, ne. Das ist die Basis. Kombo. Aua. Boah. 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 Alter, wie. Was der aushält. Unser Maschinengewäß ist echt für ein Arsch. Boah. Oh Oh Und der Verstärkung nicht ernsthaft ich muss irgendwo munition sein braucht man eine verdammt gute waffe hier Ich brauche munition Ich brauche Oh 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 Woh! 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 Ich sehe nichts, was wir jetzt auch leeren. Boah, was? Hat der mir mal ein Schild geklaut oder was? Sind das alle? Das war viel zu leid. Toll. Da kommen noch mehr! Oh, wie schlecht ich gezielt habe. Das sind ganz schön viele. Ich kann gut verstehen, dass Barrett die Basis nicht selbst angreifen wollte. Wo sind die denn? Müssen sie vielleicht die nicht von hier aus sehen. Ach, den hab ich doch locker getroffen. Boah, ey. Leck um mir am Arsch, ey. Eigentlich mal einen erwischt. Irgendwas muss ich ja mal können. Wo sind denn da oben so einer? Da ist auch einer. Nein, bewegt euch doch nicht so schnell. Mann, ich kann euch doch nicht treffen. Schnell, schnell, schnell. Oh, dat war nice. So, erstmal hier. Munition. Die ist schon leer. Die ist schon leer. Was? Die ist schon leer? Ich glaube lang. Ich registriere Temperaturen über dem Normalwert. Munition, Munition, Munition. Ah, da drin ist irgendwas. Oh, ganz schön viel Munition. Alter Schwede. Nice. So, da oben. Sollen wir jemanden kontaktieren. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Naja. Das stell ich mal nicht so an. So warm sind wir nun auch nicht hier. Kannste mal ein bisschen schnell die Treppe hochlaufen. Kontaktieren. Hey Pathfinder. Leben Sie noch? Die Basis ist gesichert. Genau wie Sie wollten. Fantastisch. Wir fangen sofort mit den Vorbereitungen für unseren Umzug an. Kommen Sie vorbei, wenn Sie Zeit haben. Ja. Wir haben hier vielleicht noch ein paar Dinge, die Sie brauchen können. Ja. Barrett Ende. Ja. Ist da hier irgendwas Neues entstanden? Nicht wirklich. Nein. Dann gehen wir mal vor. Die Frage ist. Hey, da fahren wir lieber hin. Weil hier wegen Berg und so. So. Temperaturen steigen an. In die Richtung. Ich glaub die, der muss es sein, ne? Äh. Weiß auch, ob ich gesagt, ob ich da durchfahren will. Ich glaube nicht. Das sollte man glaub ich lassen. Was ist das denn da vorne? Das ist ein Außenlager. Außenposten. Was ist das? Ach, das scheint der Gewölbe eigentlich an zu sein. Schau's da an. Okay. Ach, da. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. So. Aha. Ah. Sieht schon mal gut aus. Ich glaub dafür muss ich... Ne. Bevor wir uns hier wieder umstellen. Wahrscheinlich ist sowieso da einer, ne? Ja. Hey! Warum? Ich bin da perfekt angesprungen. Geh. 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 Okay. Wie viel brauchen wir hier? Also. Drei. Der letzte ist da drüben. Mal mit Glück wieder. Machen wir uns das easy. Easy. Lemon squeezy peasy. Damit müssten die�서us 27 passenbutter. Mhm. Interfacing Auch kein Bridge op iave. Sieht aus als hinterher.